Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie eine Aufgabe abgeben, also eine Text- oder Audiodatei auf die Lernplattform hochladen können. So haben Sie zum Beispiel einen Text in Word verfasst und möchten diesen jetzt Ihrem Tutor zur Verfügung stellen. Klicken Sie die Aufgabe auf der Kursseite an. Auf der Aufgabenseite sehen Sie die Beschreibung der Aufgabe, den Abgabetermin und den Button, um die Aufgabe abzugeben. Zur Abgabe Ihrer Datei klicken Sie auf den Button Abgabe hinzufügen. Auf der nun folgenden Seite haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Datei hochzuladen. Entweder per Drag & Drop oder mit dem Button Datei hinzufügen. Beim Hochladen per Drag & Drop ziehen Sie Ihre Datei direkt von Ihrem Computer in den Dateibereich. Die Datei wird nun im Dateibereich angezeigt. Oder Sie klicken auf den Button Datei hinzufügen. Es öffnet sich der Dateibrowser. Klicken Sie links auf Datei hochladen und dann auf den Button Datei auswählen bzw. durchsuchen unter Windows. Wählen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten, aus. Der Titel der Datei wird nun neben dem Button angezeigt. In der Zeile Lizenz wählen können Sie die Rechte festlegen, die Sie dem Leser Ihrer Datei zugestehen möchten. Klicken Sie dann auf den Button Datei hochladen. Ihre Datei erscheint daraufhin im Fenster Dateiabgabe. Klicken Sie auf den Button Änderungen sichern. Im Aufgabenfenster sehen Sie nun den aktuellen Abgabestatus und den Namen Ihrer abgegebenen Datei. Wenn Sie Ihre Aufgabe noch einmal ändern möchten, klicken Sie auf den Button Meine Lösung bearbeiten. Klicken Sie dann auf die abgegebene Datei. In dem nun erscheinenden Fenster können Sie Ihre Datei löschen. Bestätigen Sie dies durch Klicken auf OK. Anschließend können Sie eine geänderte Version Ihrer Datei, wie gezeigt, hochladen. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine geänderte Version Ihrer Aufgabe hochladen wollen, klicken Sie im Kursraum erneut auf die Aufgabe und anschließend erneut auf den Button Meine Lösung bearbeiten. Mehrere Versionen von Aufgabenlösungen Entsprechend der Konfiguration der Aktivität Aufgabe durch den Tutor ist es manchmal möglich, mehrere Versionen von Aufgabenlösungen hochzuladen. In diesem Fall klicken Sie auf den Button Meine Lösung bearbeiten, löschen die Entwürfe und geben dann die endgültige Version durch Klicken auf den Button Aufgabe abgeben ab. Viel Spaß mit den Aufgaben!